Don't believe me, just watch! Ich hab gedacht, dass andere Let's Player auch hier einen Twitter-Account haben, also, ja, sehr viele davon, und da hab ich immer gedacht, ja, na, das stell ich mir doch auch mal ein, und ab morgen wird das sein, wenn es, also morgen ab 16, 17, 18 Uhr, keine Ahnung, werde ich ihn online stellen, wenn das nicht, wenn dies nicht der Fall ist, dann Samstag, wenn dies auch nicht der Fall ist, dann Montag. Ja, was ich auf diesem Twitter-Kanal mache, also, erzählst mal, wie bin ich überhaupt auf Twitter gekommen, Twitter ist ja so ein, so ein, eine, eine Seite, wo man halt Sachen erzählen kann, von denen man grad so Bock hat, die zu erzählen, und, ja, da hab ich mir mal gedacht, nutze ich diese, nutze ich diesen Account, um, ähm, vielleicht hier zu sagen, hey, ich hab jetzt ein Video hochgeladen, oder, ja, hier, oder, da, oder, frage, ja, ja, okay, das war komisch, aber egal. Also, ich kann da euch auch, ähm, Fragen beantworten, wenn ihr wollt, also, wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt, stellt sie bei Twitter. Und, ja, bei jedem Video wird dann in der Videobeschreibung, also nicht bei denen schon hochgeladen, das dauert mir viel zu lange, es sind schon fast über 100 Videos, oder es sind schon über 100, keine Ahnung, ich hab, weiß noch nicht mal, wie viele Videos ich auf meinem Kanal schon hochgeladen habe, egal, bei den neueren Videos werde ich dann meinen Twitter-Account noch rein verlinken, und, äh, ja, denn, wenn der Twitter-Account schon, ähm, morgen da ist, werde ich ihn in die Videobeschreibung tun, also von den, äh, Videos morgen, also unbedingt in die Videobeschreibung gucken, da wird dann vielleicht der Twitter-Account da sein, ähm, ja, ich werde da Fragen beantworten, äh, vielleicht irgendwelche Videos verlinken, die ich dann, ähm, grad zu diesem Zeitpunkt hochgeladen habe, damit ihr auch, ähm, hier gucken könnt, was ich denn gerade hochgeladen habe, also damit ihr auch ein bisschen aktiver auf meinen Kanal, äh, kommen, also seid, und auch hier mir etwas folgen könnt, weil nicht so viele gucken meine Videos und ach, das ist mir auch eigentlich egal, und, ja, ihr könnt mich auch dann, ähm, followern, und mir auch auf, also dann hier auf Twitter folgen, die dies wollen, und die erfahren wollen, ja, was macht ihr denn gerade, ja, ich habe eine Frage an ihn, ja, ich will ihn gerade followern, und, also das mit dem Followern, das ist ja auch so eine Sache, da achte ich nicht so drauf, mir ist es eigentlich egal, wie viele mich followern, also es ist, äh, eure Entscheidung, so wie mit der Abonnentenzahl, aber die Abonnenten, ich vertreue euch ja, und ich mag euch ja alle, ja, ich, äh, mag euch alle ganz doll, also jetzt nicht hier so, so ein bisschen, ähm, ja, also die, die mich unterstützen, also die, die mich Followern wollen, die Followern mich einfach, und die, die ein paar Fragen haben, die Fragen, stellen einfach die Fragen bei Twitter, gut, dann, äh, würde ich auch sagen, das war's für dieses Video, ich hoffe, ihr freut euch schon, wenn ich endlich meinen Twitter-Account aufgemacht habe, oder online gestellt habe, oder was auch immer, gut, dann würde ich auch sagen, das war's für dieses Video, wir sehen uns das nächste Mal wieder, bis dahin, ciao!